Hallo, Sie interessieren sich für die Einsatzzylinderblöcke und möchten gerne mehr Informationen zu dem Material. Ich erläutere Ihnen gerne ein paar Details zur Ausführung und zum Lerninhalt des Materials. Die Einsatzzylinderblöcke bestehen aus vier verschiedenen schweren Blöcken, die alle bestückt sind mit unterschiedlich großen, langen, dicken, dünnen Zylindern, die mit einem Pinzettengriff anzufassen sind. Das Material ist ursprünglich konzipiert worden zur Lenkung oder zur Ausbildung der Schreibhand, die Lenkung der Hand, den Pinzettengriff, den ich auch später beim Anfassen des Stiftes brauche. Darüber hinaus kann ich aber auch Dimensionen erfahren, Tastsinn, Sehsinn werden geschult, Raum-Lage-Beziehung und zum anderen kann ich sie auch in Mathematik einsetzen für Größenvergleiche zum Erfahren der Kreisform und um den mathematischen Wortschatz zu erweitern. Ich hoffe, dass diese Informationen für Sie hilfreich waren. Wenn Sie sich für die Handhabung des Materials interessieren, schauen Sie sich gerne das dazu passende Anleitungsvideo zu dem Material an. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.